Was ich Ihnen jetzt zu erzählen habe, ist etwas schwieriger. Es handelt sich um einen Mann. Ich muss denen vorausschicken, dass ich bei den Männern immer Erfolg hatte, ohne mich besonders anzustremmen. Ich sage Ihnen, ich hätte den Erfolg gehabt, seh- oder nicht glücklich glücklich zu machen, dann könnte er einfach Erfolg sein. Ich bekam, was ich wollte, mehr oder weniger wahnsinniges Wollte. Und wenn ich hatte Schach, stellen Sie sich das Wort. Sie wissen doch, was Scham ist. Scham ist eine Art, ein Ja zur Antwort zu erhalten, ohne eine konkrete Frage gestellt zu haben. Das überrascht Sie offenbar. Mein jetziges Aussehen ist ja wirklich nicht mehr danach. Ab einem bestimmten Alter ist jedem Mensch für sein Gesicht verantwortlich. Und das meine... Aber das ist ja egal. Die Tatsache ist... Man fand, ich habe Scham. Und ich... nützte diesen Umstand aus. wir sind die Grünen,rasch? Danke. Dam� container! .